Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf iKuchen. So, erstmal die Uhrzeit checken, denn es ist nämlich Zeit für ein ultra geiles Video, meine Freunde. Einige von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, momentan herrscht ja in Deutschland die Corona-Pandemie. Und ja, läuft ja eigentlich auch ganz gut. Es wurde ja im November gesagt, wir müssen nur vier Wochen Lockdown durchstehen. Und jetzt sind es halt schon sieben Monate. Aber vier Wochen, sieben Monate, das ist ungefähr gleich auf jeden Fall für Politiker schon. Jetzt allerdings soll das Ganze wohl schneller gehen als gedacht. Und zwar wird momentan darüber diskutiert, ob Geimpfte und Genesene ihre Grundrechte teilweise wieder zurückbekommen. Und zwar gibt es ja seit einigen Monaten einige Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind. Und Deutschland nimmt bei den Impfungen ja auch immer mehr Fahrt auf. Momentan werden am Tag ungefähr eine Million Menschen geimpft. Und das ist ja an sich auch gar nicht mal so schlecht. Ich sag mal, die Kinder werden ja nicht geimpft. Sagen wir mal, es werden vielleicht 60 Millionen Menschen in Deutschland können sich impfen lassen. Dann wäre man, wenn jeder nur eine Impfung braucht, theoretisch in zwei Monaten durch. Das heißt, wir können alle noch auf Spring Break fahren, meine Freunde. Oder wann auch immer das stattfindet. War das Spring Break? Ist das nicht Frühling? Summer Break. Ach, keine Ahnung, Digga. Ich gehe nicht auf Festivals. Ja, so auf jeden Fall ist der Traum. Und es wurde ja von Anfang an schon immer mal wieder diskutiert, sollen Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen oder nicht. Das Ganze wurde von Merkel allerdings erst mal abgelehnt. Und die hat nämlich gesagt, bevor nicht jeder ein Impfangebot bekommen hat, wird darüber nicht diskutiert. Ja, drei Wochen später wird jetzt allerdings doch darüber diskutiert. Und das Ganze soll sogar relativ schnell gehen. Denn bereits nächste Woche könnte es passieren, dass vollständig Geimpfte oder Genesene einige Grundrechte wieder zurückbekommen. Diskutiert wird vor allem darüber, dass die Kontaktbeschränkungen für diese Person aufgehoben sind, also dass sie sich halt einfach wieder treffen können. Und auch, dass die zum Beispiel zu Friseurbesuchen, ETC, zum Einkaufen keinen Test mehr benötigen, wie das halt momentan so ist. An dieser Stelle sei gesagt, bei den Kontaktbeschränkungen macht es eigentlich keinen Sinn. Also das sind wahrscheinlich schon Rechte, die ich als Nicht-Geimpfter nicht wiederbekomme. Aber zumindest beim Einkaufen, das kann ich ja genauso machen. Ich muss mich halt nur vorher testen lassen, was allerdings auch sehr unangenehm ist. Ich habe mich schon ein paar Mal testen lassen impfen, wollte ich schon sagen. Schön wär's, Alter. Das mache ich nur am Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, deswegen wollte ich in diesem Video einfach mal sagen, was ich so davon halte. Ja, ich muss sagen, ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt, um ehrlich zu sein. Das Ding ist, reden wir erst mal über die positiven Sachen. Erstmal sind es halt Grundrechte, die natürlich weggenommen werden. Und das Ganze kann ein Staat auch nicht für immer machen in einer Demokratie. Und hier muss man sagen, dass sobald von dir kein hohes Risiko mehr ausgeht, dass du dich ansteckst oder du andere anstecken kannst, ist es halt irgendwie nicht mehr so ein Ziel, dir diese Grundrechte wegzunehmen, weil der Nutzenfaktor dann einfach nicht mehr da ist. Da ist? Da ist. Das heißt, alleine rechtlich gesehen könnte das Ganze schon relativ schwierig werden. Dazu darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch gut für die Wirtschaft sein kann, wenn beispielsweise jetzt wieder Restaurants etc. öffnen, dass zumindest Geimpfte ihre Grundrechte halt dann auch wieder haben und da halt einfach hingehen können, sich ein Bier holen, was essen, whatever, was man halt in Deutschland so macht. Ja, denn andere Leute bräuchten zumindest mal einen Test dafür. Gibt bestimmt Leute, die da vielleicht dann einfach keinen Bock drauf haben oder whatever. Dazu darf man natürlich auch nicht vergessen, wie gesagt, wenn die halt geimpft sind, sind sie halt geimpft. Warum sollten sie dann nicht ihre Grundrechte zurückbekommen? Hat man ja erstmal nicht so viele Nachteile auf jeden Fall. Ja, mehr positive Dinge fallen mir ehrlich gesagt gar nicht ein. Allerdings gibt es halt natürlich einige Negative, die halt dagegen sprechen. Das Erste ist, es ist natürlich einfach saumäßig unfair für Leute, die einfach noch kein Impfangebot bekommen haben. Ich habe hier zum Beispiel letzte Woche sauviele Ärzte angerufen und bemühe mich auch darum, irgendwo reinzukommen, um mich irgendwo impfen zu lassen, aber keine Chance. Also es ist mir auch egal mit was, ich würde AstraZeneca nehmen, ich würde auch einen ganz neuen Impfstoff nehmen, es ist mir scheißegal, ich würde mir alles in die Vene jagen, wodurch ich halt dann gegen Corona immun bin und dann halt auch meine Rechte zurückkriege. So, das Ding ist, ich habe halt einfach die Möglichkeit nicht dazu bekommen. Und es ist natürlich unfair, wenn jetzt zum Beispiel alle meine Freunde geimpft sind und ich nicht, dass die quasi chillen dürfen, ich dann aber nicht. Das macht irgendwie halt überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das mit den Kontaktbeschränkungen dann ebenfalls mit den Tests ist, das stand in den Sachen, die ich dazu gelesen und geguckt habe, wurde das irgendwie nie erwähnt, war wohl nicht wichtig, das dazu zu sagen anscheinend oder so, aber kann ich mir ja nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du chillst mit zehn Leuten und die Polizei kommt so und jeder muss seinen negativen Corona-Test vorzeigen. Wäre aber feierbar, warum nicht? Geht ja eigentlich, ne? Ja, das auf jeden Fall ist natürlich schon das Erste. Dazu muss man sagen, dass das Ganze natürlich so ein bisschen einer Impfpflicht durch die Hintertür gleich kommt, denn wenn ich jetzt ein Impfangebot bekomme und ich vielleicht einfach keine Lust habe, mich zu impfen, das muss ja jeder Mensch auch für sich selbst entscheiden, ich finde das nicht schlimm, wenn ihr es nicht tun würdet, dann kriegt ihr eure Rechte erstmal nicht zurück. Also irgendwann natürlich schon, ist klar, aber zumindest halt deutlich später als Leute, die sich halt impfen lassen. Das heißt, ihr müsst halt mit dem Nachteil leben, wenn ihr euch nicht impfen lasst, obwohl das Ganze ja grundsätzlich auf freiwilliger Basis sein soll. Hier ist natürlich, wie gesagt, dann die Frage, wie das dann mit den Tests ist, weil ich finde, solange man sich halt testen kann, um die gleichen Rechte zu bekommen, sehe ich jetzt nicht so wirklich das Problem darin, um ehrlich zu sein. Ja, was halte ich insgesamt halt davon? Ich muss sagen, ich sehe das Ganze ja so zweigeteilt. Wie gesagt, fühle ich mich persönlich einfach benachteiligt, denn wenn Deutschland es halt nicht hinkriegt, dass jeder irgendwie langsam aber sicher mal ein Impfangebot bekommt und Deutschland hat vor allem am Anfang super lange gebraucht, um überhaupt in Fahrt zu kommen, also man wäre schon deutlich weiter, ist das Ganze natürlich schon ein bisschen unfair. Also ich habe zum Beispiel auch Leute in meinem Freundeskreis, die aufgrund von Beruf oder familiären Haushaltsgründen oder sowas tatsächlich jetzt eine Impfung erhalten und die dürfen dann quasi einfach mehr als ich. Wobei ich auch impfwillig bin, ja, also nimm mich, Digga, ne, jag mir das Ding rein. Wie gesagt, ich bin halt sofort dabei. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass es irgendwo auch Sinn macht, den Leuten halt dann ihre Rechte zurückzugeben. Das ist halt dann der erste Schritt in die Normalität. Und ich sage mal, was man nicht vergessen darf, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass eine Million Menschen am Tag geimpft werden, dann dauert das auch nicht mehr so lange, bis halt alle ihre Rechte zurückbekommen. Dazu darf man auch nicht vergessen, dass ja, wenn viele Leute geimpft sind, wahrscheinlich auch die Infektionszahlen runtergehen. Das heißt auch dieser Indizienzwert, ich bin richtig gut in Fremdwörtern, ich weiß. So, und wenn der dann zum Beispiel nicht mehr bei 100 liegt oder knapp 100, sondern vielleicht bei, mit ganz vielen Geimpften bei vielleicht 30 oder 40, dann wird ja ebenfalls wieder gelockert, wie das auch letztes Jahr der Fall gewesen ist und wie man das auch vor Ostern schon machen wollte. Das heißt, man wartet dann vielleicht, vielleicht ein paar Wochen, wenn wir Glück haben, vielleicht einen Monat oder so, bis dann hoffentlich so oder so gelockert wird, weil dann so viele Menschen halt schon ihre Impfungen erhalten haben, dass man halt langsam aber sicher zur Normalität zurückgehen kann. Und man muss ja auch dazu sagen, viele Leute, die halt geimpft sind, sind halt auch gerade, sind halt die ältere Generation. Ganz ehrlich, lass die doch raus, könnte der letzte Sommer von denen sein. Von daher sehe ich da nicht so das Riesenproblem drin. Diese, ja, Unfairheit natürlich gegenüber Leuten, die sich halt impfen wollen, aber es einfach nicht können und deswegen weiter zu Hause sitzen müssen, kann man natürlich nicht ausgleichen. Ist klar, wie gesagt, also wir gehen ja mit nur trotzdem halt raus auf den Spielplatz und so, halt Dinge, die erlaubt sind. Aber wir würden ja auch gerne, was weiß ich, machen jetzt natürlich nicht auf, aber theoretisch wieder Fußball spielen. Ich würde auch gerne ins Schwimmbad gehen. Ich würde gerne Bowling spielen, whatever. Das sind ja alles Dinge, die man trotzdem nicht kann. Das ist das Einzige, was ich daran auf jeden Fall so ein bisschen unfair finde. Ansonsten denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, dass die Leute langsam aber sicher ihre Rechte dann halt zurückbekommen. Ja, man darf es natürlich, sage ich mal so, nicht übertreiben, dass das halt so als Impfpflicht so gesehen wird, sondern Leute, die halt einen negativen Test haben für den Tag, sollten dann halt ebenfalls ihre Rechte zurückbekommen, früher oder später, damit man das Ganze ausgleicht. Weil wie gesagt, nicht jeder möchte sich impfen lassen. Ich kann das komplett verstehen, wenn man das nicht machen möchte. Ist ja auch jedem selbst überlassen. Und dann wäre es halt unfair, wenn man dadurch ja quasi dann Leute so zwingt, im Sinne von, jo, du kannst dich jetzt impfen lassen, dann kriegst du deine Rechte wieder. Oder du bleibst halt den ganzen Sommer allein zu Hause. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ja, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Ich denke mal, also ich gehe davon aus, dass die Leute ihre Rechte zurückbekommen, weil es, ja, ich denke, die Politik wird das auf jeden Fall machen. Alleine wahrscheinlich schon aus Anreiz. Da muss ich aber auch zu sagen, was mich wirklich mega nervt, in Braunschweig zum Beispiel haben wir auch Impfzentren, glaube ich, jede Stadt eigentlich, also jede Größe auf jeden Fall. Und immer wieder postet die Braunschweiger Zeitung bei uns so, ja, und da sind wieder 100 Leute nicht gekommen, und da tausende sind nicht zu ihrem Impftermin erschienen. Und ich denke mir so, bro, ich stehe hier zu Hause, ich bin sofort auf Abruf bereit, ihr müsstet mich nur anrufen und sagen, jo, hier ist einer abgesprungen. Warum gibt es nicht so eine Liste für Leute, die quasi reinrutschen? So, wo sich einfach wirklich jeder anmelden kann. Und dann gibt es halt quasi so eine zweite Warteliste. Wenn einer abspringt, wird der Erste angerufen. Wenn er nicht kann, wird der Zweite angerufen und so weiter, damit die Impfdosen trotzdem verabreicht werden. Und dann hat die Person, die halt nicht erschienen, ist einfach Pech. So, das wäre deutlich einfacher. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Viel mehr kann ich nicht sagen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, ich finde das persönlich halt gut. Das Impfen geht momentan schnell voran. Und ich denke nicht, dass wir jetzt von einem halben Jahr sprechen, wo Geimpfte dann wirklich viel mehr Rechte haben, als Leute, die keine Impfung erhalten haben. Außerdem dürfen ja auch Genesene zum Beispiel raus, die in den letzten sechs Monaten sich angesteckt haben. Das heißt, zur Not veranstalten wir eine Corona-Party und dann haben wir auch unsere Rechte nach 14 Tagen wieder. Also, die kann man ja wohl warten. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Bin auf jeden Fall gespannt. Bis dann. Okay, thanks, bye!